Ich habe ein eigenes Autohaus in GTA 5 und wir werden heute ein Auto für 33 Millionen Dollar tunen. Diesen Lamborghini werden wir jetzt in drei Stufen upgraden. Stufe 1 geht immer relativ zügig. Zack, Stufe 1 ist fertig. Und zwar aus dem GTA Lamborghini ist ein richtiger Lambo geworden, aber das war noch gar nichts. Jetzt werden wir das Ganze auf Stufe 3 upgraden. Diese Stufe kostet 33 Millionen in meinem Autohaus und dauert wirklich extrem lange. Nächste, ihr müsst jetzt alle ein Abo dalassen, dass wir Stufe 3 erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das dauert so lange, Mann. Boom. Hier ist das Auto auf Stufe 3. Der Lamborghini ist jetzt voll aufgetunt. Leute, guck mal bitte, wie crazy der aussieht. Der leuchtet sogar. Oh mein Gott.